Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Show hier auf, ja, den fürchterlichen Freunden natürlich, wo sollte es auch anders stattfinden. Hä? Irgendwelche Widerworte hier? Hä? Ich hab ganz große Widerworte. Stimmt überhaupt nicht. Das sind sie, was machen sie auf meinem Kanal? Schwinden sie. Ja, ich hab hier die Moderationsrolle an mich gerissen und das ist jetzt hier meine Sektung aller. Haben sie da eine Erlaubnis? Ja, warte mal, ich tüftel mal hier grad in meinen Papieren rum. Ja, ja, hab ich's. Nikolai hat hier unterschrieben. Aus Hamburg. Ja, der muss das ja schreiben. Kuss und Gruß steht er auch noch dabei. Stimmt, das sagt er immer, das typische Couchphrase von dem. Ja, ja, also von daher, ich übernehme diese Sendung. Da will ich mal nichts gesagt haben. Und ja, du tanzt hier nach meiner Pfeife. Okay. Aber willkommen, willkommen auf jeden Fall. Du kannst das ja, wenn's ein bisschen zu frech war, kannst du hier und da auch was rausschneiden. Ich schneide alles raus, was du sagst. Ja, es geht einfach direkt los so mit Platz 1. So, das hier ist Platz 1. Ja, was passiert denn hier? Ja, da wollte ich ja grad zu kommen, mein Lieber. Worum haben wir uns denn hier eigentlich jetzt versammelt? Also, wir hatten ja vor einer ganzen Weile schon mal auf den jeweiligen Kanälen, die Fücherlin-Freunde und dem Dr. Nick, die Top 10 Lieblingsfilme. Und da hatten wir bei dir einmal deine vorgestellt und andersrum halt dann auch bei mir. Meine sind noch dabei, sozusagen. Ja, und heute sind wir dafür da, für euch herauszufinden, was die Lieblingsalben vom Dr. Nick sind, den ich hier heute bei mir habe. Hallo, das bin ich. Ich freue mich, zu Gast zu sein auf meinem Kanal. Ja, wir dachten, wir tauschen mal die Rollen. Und andersrum wird's ja dann später auch auf meinem Kanal sein. Irgendwie, ja, ich glaub, nächste Woche oder so nehmen wir dann die Top 10 dann für meine Plätze auf. Ja, das wird sehr spannend. Und im Vorfeld hatten wir das so, dass du mir schon mal von jedem Album, was hier vorkommt, zwei Songs geschickt hast. Dass ich schon mal reinhören kann, dass ich ein Gefühl hab fürs Album. Ich weiß nicht, waren das so deine Highlight-Songs generell oder Songs, die du mir zeigen wolltest? Also, waren die eher auf mich abgestimmt? Nee, die waren überhaupt nicht auf dich abgestimmt. Das waren einfach so die zwei besten Lieder, wenn das feststellbar war. Weil manchmal sind so viele Gute drauf, dass das eigentlich schwer zu entscheiden war. Aber, ja. Ja, total, ne? Ja, es war aber auch, es war auf jeden Fall mega spannend, auch für mich selber überhaupt so rauszufinden, was sind denn meine Lieblingsalben. So ein paar wusste ich auf jeden Fall, dass sie da drin vorkommen werden, aber irgendwie dann so das genaue Ranking zu machen und so, das war echt schwer. Und manche Sachen waren dann sogar überraschend für mich selbst. Ja, vor allem, wenn es vielleicht auch Alben sind, die schon wieder ein bisschen zurückliegen, ne? Genau, und dann hört man nochmal rein und dann merkt man, ey, das ist ja einfach ein fantastisches Album, es muss da rein. Ja. Können wir nicht auch drei Songs nehmen? Ja. Ja, genau. Hab mich da auf jeden Fall jetzt in den letzten drei Tagen so mehr oder weniger durchgehört, mir auch ein paar Notizen dazu gemacht. Ganz wichtig für jetzt diese Liste ist, oder generell für dieses Format ist auch nochmal, es geht hier nicht grundsätzlich um Lieblingssongs oder Lieblingskünstler, sondern Alben, die uns im Gesamtwerk am besten gefallen haben und die uns vielleicht auch schon unser halbes Leben oder unser ganzes Leben lang begleiten und die einfach so einen starken Eindruck auf uns hinterlassen haben und die auch einfach als Gesamtwerk stimmig sind. Ja, perfekt gesagt, du solltest moderieren, Podcast haben oder so. Ja, am Anfang war es wirklich ungewohnt, ich glaube, so langsam komme ich jetzt rein. Ja, okay. Es riecht ja auch ganz anders, wie ist die Atmosphäre anders auf diesem Kanal. Es ist alles so medizinisch und steril auch, ne? Ja, meine Unsicherheit mit Rumgebölke musste ich erst mal wieder, ja, kompensieren. Gut. Ja, wie bist du denn da rangegangen an das Ganze? Also ich habe tatsächlich eine Excel-Liste erstellt. Schön deutsch, ja? Ja, richtig, genau. Ich habe mir erst mal irgendwie, ich habe erst mal alle meine Musiksammlungen durchgeguckt und dann bin auch wirklich nur so nach Albumen gegangen und habe überlegt, welche da so reingehören könnten. Hätte dann am Ende 25 Alben mir aufgeschrieben, die es verdient hätten, da in die Top Ten reinzukommen. Und dann habe ich die irgendwie sortiert und habe auch mal geguckt. Also es ging mir auch wirklich darum, dass das so als Gesamtwerk geil ist und weil es gibt dann so Alben, da sind richtig geile Lieder drauf, aber so als gesamtes Album reicht es dann irgendwie doch nicht für die Top Ten. So bin ich dann irgendwie gegangen. Ja, komplett. So ging es mir auch. Ich habe ja auch eine Liste parallel schon dazu gemacht. Ja. Das waren auch tatsächlich so 25. Das passt, ja. Ah, crazy. Ja, plus, minus, eins, zwei, drei, aber so die Richtung, ja. Ich habe die dann auch gerankt, also zumindest so, ich habe jetzt eigentlich eine Top-20-Liste, aber genau, es geht hier nur um die oberen Zehen natürlich. Ja, nicht ganz, wir werden im Nachhinein auch nochmal die durchsprechen, die es halt nicht geschafft haben und da kannst du ja dann auch gerne nochmal, das erlaube ich dir, nochmal zwei, drei Sätze oder vier, fünf dazu sagen. Danke. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die oberen vier Plätze, das waren für mich so die vier, das sind so vier perfekte Alben, wo kein Lied irgendwie falsch ist und die zu ranken war nochmal extra schwer. Das glaube ich dir. Aber wir fangen natürlich unten an, ne? Genau. Ja, wenn du sonst nichts weiter dazu ergänzen möchtest, würde ich dann auch einfach schon mal mit Platz zehn anfangen. Ja, ich fange von mir aus gerne. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, genau, was man auch nochmal dazu sagen muss, du hast mir diese 20 Songs geschickt, aber ohne zu sagen, in welcher Reihenfolge die stehen. Ich dachte so, ja, okay, vielleicht sind die ersten dann irgendwie Platz zehn und es geht ja nach unten weiter oder die ersten sind Platz eins. Aber dann hast du gesagt, nee, das enthüllst du dann erst hier in der Sendung. Deswegen ist es für mich auch spannend. Ja, genau. Und ich habe mir auch zu jedem Album nochmal oder zu jedem Song, den du mir geschickt hast, so ein bisschen was aufgeschrieben, soweit ich das konnte. Und ein paar Alben, Spoiler, kannte ich das ja nicht auch. Da war ich sehr froh drüber. Ob das auf der anderen Seite bei meiner Liste dann auch so sein wird, ist fraglich. Ja, genau. Ich glaube, bei dir vermute ich eher, dass ich wenig kenne. Ein Album weiß ich zumindest. Ah, okay. Doch, also ein Album, glaube ich, könntest du kennen. Ja. Aber es geht ja jetzt hier nicht um mich. Ja, ich habe halt, also bei meiner Liste sind, es sind schon so ein paar so richtige Klassiker dabei, aber ja, es sind jetzt nicht irgendwie so die krassen Nischen Geheimtipps. Obwohl so ein paar vielleicht schon. Ach ja, es ist ein buntes Sammelsurium auf jeden Fall. Wir fangen dann mal an. Eröffne und zeige uns bitte deinen Platz zehn, lieber Nikolai. Es handelt sich. Was wird es sein? Bei dem Platz zehn, um ein Hip-Hop-Album und für mich das beste Rap-Album der Welt, um es hier mal richtig dramatisch zu machen, sind die Orsons mit Orsons Island. Oh ja. Oh, es geht uns gleich. What? Sehr, sehr gut. Ja, äh, ein Album von 2019. Also gar nicht mal so alt. Ja, auch recht türisch tatsächlich. Und die Orsons ist ja so, das ist ja so eine Quatschtruppe eigentlich, also die haben auf jeden Fall Spaß bei den Sachen, die sie machen. Das sind nicht irgendwelche krassen Gangster-Rapper. Ich sage immer so Quatsch-Rapper irgendwie so. Die nehmen das eher so auf die Schippel, ne? Genau, ja, genau. Und ich sage auch manchmal, es sind die Ärzte des Raps. Weil die das halt auch alles nicht so ernst nehmen, auch in den Interviews labern, die kompletten Schwachsinn. Und die probieren auch viel aus. Und, äh, was für mich, was ich vor allem an der Band einfach mag, sind, dass das so vier verschiedene Charaktere sind. Das sind ja auch vier Rapper, die einfach eigene Musik alleine machen und hier so ihr Projekt zusammen haben. Und dann gibt's irgendwie Tua, der so eher der coole Rapper ist, der auch so die krassen Beats macht und Double-Time-Rap und so. Also, dann gibt's irgendwie Meckes, der, der emotionale Indie-Rapper, der ... Den kannte ich auch tatsächlich, ja. Ja, den finde ich auch als Solo-Projekt sozusagen, finde ich den auch richtig gut. Ganz früher noch. Ja, ja, so, weiß ich so Mitte 20 oder so, als ich den mal so ein bisschen gehört habe. Dann gibt's Kars, der so völlig abgefahren ist, irgendwie läuft immer mit so einer Indianer-Feder rum und ist irgendwie so für Frieden und, äh, Buddhismus und so. Und, äh, Bartek, zu guter Letzt, der ist dann so der Alberne, der Alberne, der gerne auch Quatsch macht und so. Und die vier zusammen sind hier zusammengeführt in einer Rap-Band. Und, äh, ich kenne die schon länger aus die zwei Alben davor, fand ich richtig gut, sind auch richtig geile Songs dabei. Und dann kam 2019 dieses Album raus und das hat so richtig nochmal alles auf den Kopf gestellt, was die vorher gemacht haben. Orson's Island. Genau. Weil da haben die nochmal so echt ihren Style auch geändert. Also, vorher war das wirklich manchmal auch so hingeklatscht irgendwie, komm, wir machen jetzt einfach Quatsch. Es gibt irgendwie ein Lied auf den Alben davor, wo dann plötzlich irgendwie das mit der Kassette aufgenommen wurde und so. Und hier ist es nochmal ganz anders produziert, richtig krasse Beats. Auch so von der Stimmung her ist es irgendwie ganz anders. Es ist trotzdem noch alles so ganz quietschig und bunt irgendwie und auch so kitschig ein bisschen. Aber auch so richtig, äh, irgendwie so gute Laune macht das einfach. Und ich weiß noch, als das rauskam, hat dann Rap.de, hat dem 5 von 5 Stern gegeben. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Rap.de, aber ich habe dann so ein bisschen darüber gelesen, weil das so ein bisschen Aufruhr in der Rap-Welt verursacht hat. Weil Rap.de vergibt irgendwie nur alle paar Jahre mal 5 von 5 Sternen, das machen die ja nie. Und dann vergeben die das für so eine Quatsch-Band in Anführungszeichen und nicht irgendwie für den krassen Gangster-Scheiß. Und da haben sich viele Leute drüber aufgeregt, aber ich habe nur so gedacht, ja, ihr habt recht, das ist einfach ein richtig perfektes Album. Ja, und experimenteller Rap wird ja auch oft von den True-Rap-Fans auch sehr kritisch aufgenommen. Ja, genau. Also, wenn es ein bisschen alberner wird, ich weiß, damals noch Blumio oder Gans oder so, wenn du da in die Kommentare gehst, das ist manchmal auch schon, ja, okay. Also, da ist schon wirklich sehr viel Hass und Unverständnis dafür da. Und die wollen dann irgendwie nur ihren, ja, weiß ich nicht, Ferrit Bang oder so. Ja, wir sind nicht mehr so drin. Also, mit dem Gangster-Rap kenne ich mich auch nicht aus. Also, ich höre sehr gerne Hip-Hop, aber ich höre auch wirklich viel Underground oder mehr so Sachen von früher. Ja, weiß ich nicht, den Leuten, wahrscheinlich bei Rap.de werde ich da nicht, oder nicht gerecht. Ja, ich bin da auch eher so bei Indie-Rap und sowas irgendwie dabei. Ja, geschickt hattest du mir Dir, Mozart und Nimm's Leicht und beide hammergeil. Ich kannte die ja tatsächlich vorher nur vom Namen. Ich habe früher in meiner Jugend, so mit Anfang 20, super viel Tour gehört. Also, ich habe auch die Alben richtig hart gepumpt. Also, nicht die Alben, die jetzt so dann so nur noch so Elektro-Kram waren, die ja dann danach kamen, sondern, ja, Grau und noch eins. Und die habe ich halt super viel gehört, weil irgendwie haben mir die auch in meiner, ja, gebrochenen Jugend oder in meinem Weltschmerz oder wie das halt so ist mit Anfang 20, haben mir die da sehr geholfen. Und es geht ja da ganz viel einfach um, um super düstere, ernste Themen. Es geht ums Sterben und Drogenmissbrauch und ums ... Depression. Um Depression, genau. Ach, du kennst die auch, die alten Alben? Ja, so ein bisschen, ja. Sein neues Alben ist aber auch richtig geil. Das ist aber mal, das ist fröhlicher. Ja, ist auch gut, wenn die Künstler da so gut durchmachen. Ja, genau. Das stimmt. Ja, genau. Dear Mozart ist auf jeden Fall mein absolutes Lieblingslied. Ja, auch das Musikvideo dazu. Ja. Ja. Auch sowieso die Musikvideos von denen. Dear, dear, dear Mozart. Ich bin ein Musiker aus der Future. Bruder, ich triff keinen Ton, aber der, 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 der Computer. Da, 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 da. Es ist halt ... Ich finde die Idee auch so geil. Also sie rappen sozusagen an Mozart gerichtet, wie Mozart wohl Deutschrap finden würde. Ja, genau. Wie würde er Autotune finden und so. Ja. Finde ich einfach so eine geile Idee. Und auch überhaupt dieses Autotune 2019, als das rausgekommen ist, da war das noch so relativ neu mit so Autotune-Rap und so, was ich immer, ehrlich gesagt, scheiße fand. Also ich finde Autotune sowieso nicht so toll. Es gibt inzwischen ein paar Songs, wo ich das irgendwie dann doch ganz geil finde. Aber vor allem so. Es hat sich ein bisschen gewandelt, ja. Aber vor allem beim Autotune-Rap irgendwie fand ich das immer scheiße. Und dann haben die als erstes Single Grille veröffentlicht von dem Album, was einen richtig krassen Autotune-Rap-Part hat. Und ich dachte erst so, Alter, was machen die Orsons jetzt? Warum machen die jetzt auch Autotune? Und dann haben sie mit dir, Mozart, da geht's ja auch so ein bisschen darum. Ja, sie nehmen sich ein bisschen auf die Schippe. Ja, genau. Die haben auch gesagt, dass sie sich so intern ein bisschen über das Thema eigentlich gestritten hatten, weil zwei von denen finden das geil und zwei nicht. Jetzt hat's hier grad geklingelt. Ah, okay. Egal, das wäre Paketbude, der kann das auch woanders abgeben. Ja, wow. Auf jeden Fall haben sie sich darum mit diesem Lied auch ein bisschen so mit dem Thema auseinandergesetzt und ich finde das einfach richtig cool. Ja. Ja, eben, ich mag auch dann nachher den Part von Mozart, der antwortet ja dann irgendwann zum Schluss. Hey Leute, ich bin's, Mozart. Das ist so bescheuert. Ich hätte auch mal vom weißen Pulver probiert und sowas. Ja, das ist schon richtig gut. Also, ich werde mir auch wahrscheinlich dann noch mal den Rest anhören. Ja, ich kann's nur empfehlen. Fand ich enorm gut, weil es so überraschend kam. Also, ich kannte es halt nicht. Also, ich kann's halt nur so vom Hören. So, ja, die Orsens. Ja, keine Ahnung. Vor allem, dann hab ich halt so gehört, ja, die sind so ein bisschen alberner. Ja. Und ich war halt damals so Hardcore-Tour-Fan. Also, hättest du mich damals gefragt, wer sind so deine Lieblingsrapper? Dann wäre Tour halt so, ja, wahrscheinlich auf Platz zwei gewesen oder irgendwie sowas. Und dann hab ich halt gehört, ja, die machen so albernen Kram. Und die so, nee, nee, sowas höre ich. Ja. Und der sich doch alles geändert hat. Genau, ja. Fast 20 Jahre später, ey. Holy shit. Und es ist auch nicht nur jetzt Album auf, also, es ist auch, die sind auch ein bisschen erwachsen geworden mit diesem Album. Also, die haben schon Spaß dabei. Das macht dann auch Spaß, das zu hören. Aber es sind auch ein paar ernste Texte da mit dabei. Schnee Weiß zum Beispiel und so. Ah, okay. Und, ähm, ja, einfach auch, die haben auch so richtig krasse Pop-Melodien in den Refrains. Aber das finde ich gerade geil. Und du kannst auch dazu dancen, ne? Also, du kannst auch eigentlich, dir, Mozart, kannst du eigentlich auch mal auf der Party auflegen. Das hat einfach so viel, dieses Album. Das ist echt cool. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr dazu zu ergänzen hast. Ja, ich könnte auch 100 Jahre reden, aber wir haben ja auch nicht genug Zeit hier. Ja. Ich muss das ja auch alles nicht schneiden. Also, von daher kann es mir eigentlich auch egal sein. Also, ich habe ja Zeit hier. Ja, das musste sich aber auch jemand anhören. Also, vielleicht irgendeines Tages machen wir vielleicht noch mal ein Angehör drüber. Dann kann ich da noch mal ausführlich drüber reden. Liebe Zuhörer, lieber Nikolai, wir kommen zu Platz 9. Oh. Oh. Ja. Was wird das sein? Auf Platz 9 habe ich, glaube ich, eher was Unbekannteres. Es ist das Album Wer bringt mich jetzt zu den anderen von der höchsten Eisenbahn. Ja. Ja, ja. Ja. Habe ich hier auch stehen. Gut. Es ist ein Indie-Pop-Album von 2016. Und diese Band ist einfach, also schon allein die Band finde ich richtig toll. Das ist so eigentlich genau meine Musik, könnte man sagen. So, eigentlich relativ fröhlicher Indie-Pop. Es sind hier zwei Singer-Songwriter, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Indie-Pop-Band. Und, ähm, hier, äh, ich finde, das geilste an denen sind eigentlich deren Songwriting-Künste, weil die sehr so assoziativ irgendwie auch schreiben. Also, man kann sehr viel ... Ein bisschen ungewöhnlich, ne? Ja, genau. Also dieses, dass man halt Nuscheln mit reinnimmt. Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist ... Du hattest mir Gierig und Blume empfohlen. Ja. Und ich muss sagen, Blume, nee, das war mir irgendwie ... Ich glaube, das lag auch ein bisschen mit am Musikvideo. Ich fand das so creepy mit den Kindern die ganze Zeit. Ja, da darfst du eigentlich immer aufs Musikvideo gucken. Hä? Ja. Und so fand ich das voll geil, das Video. Aber was ist denn creepy, weil da Kinder sind? Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie gruselig. Hä? Ich hab keine Ahnung. Weil die ... Ich hab keine Ahnung, ich weiß das so auch nicht. Also, es war jetzt auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, Gierig hat mir gut gefallen. Gierig war mein Highlight. Hab ich hier geschrieben, Gierig, Klammer auf, Highlight, Klammer zu. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kannte ich aber vorher auch schon. Ja, das hast du dir schon mal gezeigt. Das hast du mir schon mal gezeigt. Ja, wir hatten ja schon mal eine Musik-Session zusammen. Da dachte ich noch vorher, ich weiß nicht, ob das so deins ist. Und dann war ich überrascht, dass du es doch mochtest. Ja. Also, ein paar Sachen hab ich mir ja auch hier in meinen J-Don't-Loder dann gepackt. Naja. Ja, Gierig find ich auch richtig. Ist richtig schön. Vor allem auch so auf dem ganzen Album, diese Streicher-Arrangements und so. Ist einfach auch richtig schön musikalisch. Und wie gesagt, die Texte sind so ... Ich musste mich da erst dran gewöhnen, als ich die zum ersten Mal gehört hab, weil ich es erst mal gar nicht so richtig verstanden hab, immer, worum das geht. Man muss sich da immer erst mal ein bisschen so zuhören. Ja, aber vielleicht war das auch mein Problem bei Blume, dass ich das einfach nicht so ganz verstanden habe, was der Song von mir will oder so. Ja, Blume ist halt eigentlich so ein relativ kitschiges Liebeslied, kann man einfach sagen. Unsere Liebe wird aufgehen wie eine Blume. Aber ich find das einfach ... Ich find, das ist das beste Liebeslied. Und war auch so der Song meiner Hochzeit. Darf ich da ja gar nichts gegen sagen? Ja, das stimmt. Das könnte persönlich genau werden. Von mindestens zwei Leuten. Ja. Sag all deinen Freunden, am besten noch heute. Unsere Liebe wird aufgehen wie eine Blume. Ja, aber das ganze Album ist einfach richtig schön. Hat viele verschiedene Themen auch. Also, Lisbeth kann ich auch nur empfehlen. Auch so viele coole Lieder. Auch weirde Sachen irgendwie mit dabei. Ein Lied auch über einen Stalker. Und das sind alles auch so Sachen, die man erst merkt, wenn man das so mehrmals gehört hat. Und dann merkt man irgendwann, ach so, scheiße, es geht gerade um einen Typen, der die ganze Zeit jemanden auf dem Balkon beobachtet. Okay. Also, da muss man immer ... Ja, das merkt man so oberflächlich manchmal gar nicht, was überhaupt der Sinn dieses Liedes ist. Ja, da kommt ja noch so ein Künstler, der das mal zum Thema eines Albums auch genommen hat. Stalking. Aber vor allem ... Hörer von dir werden es kennen. Ja, genau. Vor allem so, dass die Hauptatmosphäre des Albums finde ich einfach richtig schön. Das ist auch irgendwie so ein ... Also, ich habe eben gesagt, fröhlich. Es gibt natürlich auch ein paar traurige Lieder dazwischendrin. Aber die so ... Das ist so ein Autofahralbum auch für mich. Im Sommer mit offenen Fansangen kann man richtig gut hören. Das passt, ja. Und dann so Texte, die einem einfach so stecken bleiben wie bei Giere. Ich finde das so witzig mit ... Louis ist im Laden und kauft Blumen. Louis kauft immer die Falschen. Die kann er behalten. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, genau. Ja, da kommen wir ja wieder zum Writing, was dann echt clever ist. Ja. Ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Apropos zu etwas kommen. Wir kommen zu Platz 8. Präsentiere ihn uns. Was wird das sein? Ja. Platz 8 ist eigentlich auch ... Also, ich meine, das sind sowieso alles meine Lieblingseilben. Ich wollte das gerade ankündigen als eins meiner Lieblingseilben. Haha, das sind sowieso alle. Es ist tatsächlich 13 von Die Ärzte. Aha, ja, ja. Nie wieder Hütchenspiel, nie wieder in die Spielothek, nie wieder Hütchenspiel. Oh, das ganze Geld ist weg. Nie mehr Las Vegas und nie mehr Pottet, nie wieder Hütchenspiel oder russisches Joulet. Die Ärzte ist ja sowieso meine absolute Lieblingsband und das ist mein absolutes Lieblingsalbum. Und es ist auch mein absolutes Lieblingslied von denen da drauf. Also, alles ist hier vereint. Okay. Ja, das war einfach schon immer so damals, als ich die Ärzte entdeckt habe. Nämlich, du hast eben auch, als wir vorher geredet haben, über Bücherei gesprochen, dass du da dir Alben ausgeliehen hast. Ja, ganz viel. Ja, das war bei mir auch so. Für Ralf Hersmold damals. Und so habe ich dann auch so, also, die Ärzte habe ich irgendwie von einem Kumpel dann entdeckt, so in der Schule, kennt man das ja irgendwie. Ja, klar, war bei uns auch ein großes Thema. Genau, ja. Also, die Ärzte damals auf dem Schulhof. Und dann habe ich mir erstmal aus der Bücherei alles, was ich da gefunden habe, ausgeliehen und hatte dann so das ganze Werk der Ärzte vor mir. Und war dann schon damals auf jeden Fall sehr großer Fan von 13 und das ist auch bis jetzt irgendwie so geblieben. Das ist einfach so ein geiles Album. Fast jedes Lied ist perfekt. Bei mir ist es tatsächlich Geräusch, das ist mein Lieblingsalbum. Oh ja, fand ich auch, ist auch sehr gut. Da hatte ich wieder so ein bisschen meinen Einstieg mit. Also, ich habe damals, Grüße gehen raus an Andreas, Jugendfreund von mir, der auch übelster Ärzte-Fan war. Der hatte auch alle Alben zu Hause, der hatte dieses große Buch, diese große Biografie der Ärzte dabei. Ah ja, glaube ich auch, ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Richtig, genau. Mit teils verstörenden Bildern da drin auch. Und genau, da hatte ich halt relativ viel gehört und viel mitbekommen und mochte die auch dann schon so nach einer Weile. Also, ich brauchte ein bisschen und dann mit Geräusch, als das damals, das lief ja dann auch irgendwie, also hier unrockbar lief ja auch bei MTV und sowas und im Radio. Und da war ich dann nochmal, da ist das Feuer dann nochmal richtig angegangen und hab das dann auch bei, wir haben das dann zu Hause bei ihm gehört, im Jugendzimmer, ist ja kein Kinderzimmer mehr, ist ja dann das Jugendzimmer gewesen. Und die waren es einfach nur übergeil. Aber, wir sind bei 13 und das kenn ich auch, äh, zwar nicht so gut, aber das hab ich auch schon mal gehört und, ja. Erzähl mal weiter, was sind denn so, was sind denn so die, die Songs, die da, äh, die dir alle am meisten gefallen oder was sticht so stark raus? Also, mal auf ganz klar ist es für mich Rebell, weil das ist, äh, also wie gesagt, mein Lieblingserze-Song und einfach, wenn, wenn ich irgendwie ein Lied wählen müsste, als mein Lieblingslied, würde ich das wahrscheinlich wählen. Da kann ich auch mitgehen, ja. Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür, ich bin dagegen, ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen, egal worum es geht, ich bin dagegen. Schon allein, also einfach auch musikalisch, weil das geht so ab irgendwie, das kann man so richtig, das ist irgendwie so ein aggressiver Song und dann mit dem Text, ich bin dagegen, denn ihr seid dafür, das ist einfach perfekt. Ja, ich bin nicht mehr dein Kind und so, das ist, boah, Gänsehaut. Keiner hat das Recht, mir zu befehlen, was ich zu tun hab. Ja, oder ich trage, ich trage, was ich will, ich identifiziere mich nicht mit euren Werten und es ist, vor allem, wenn du das als Jugendlicher hörst, als junger, kleiner Mensch. Ja. Boah, vor allem, ja, eben vielleicht auch noch aus einem Umfeld, wo das irgendwie alles nicht so passt oder wo es halt auch diese Widersprüche gibt und so und das, mega gut. Ja. Richtig, richtig gute Ernst-Song. Wäre auch bei mir so unter den Top-5 Ernst-Songs. Ja. Auf jeden Fall dabei. Aber, äh, das ist nicht das Einzige, also hier sind so viele Hits drauf, also auch Männer sind Schweine, ich meine, das kennt jeder und hat man vielleicht inzwischen auch tot gehört, aber es ist einfach richtig geil. Ja, mit Lara Croft-Video. Ja, genau. Es ist aber trotzdem so geil und, ähm, vor allem, ich meine, bei den Ärzten ist ja auch immer, so gibt's immer Farin-Songs und Bela-Songs und ich finde, auf den neueren Alben hat meistens Bela so ein bisschen nachgelassen irgendwie, aber hier sind auch richtig gute Bela-B-Lieder drauf, wie Goldenes Handwerk oder Der Graf oder Party stinkt. Och, es sind so viele geile Songs. Ja, auch viele Samples, so aus den Simpsons oder irgendwie so, dieser, dieser bekannte Märchensprecher, wo mir der Name grad nicht einfällt, der ist auch beim zweiten Song, äh, spricht der da auch den Anfang. Ja. Ah, ja, 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 meine Freunde hab ich auch nochmal rausgeschrieben hier, auch, auch ein sehr, sehr cooler Song, der mir auch damals schon so eben gut, gut, eine gute Message mitgegeben hat. Ja. Ja. Ein ... Schönes Ding. Schönes Ding, genau, gut gesagt. Ja. Ja. Dann ... Ich glaub. Kommen wir mal zum nächsten schönen Ding. Genau. Nicht, dass ich durcheinander komme, wie irgendwie beim letzten Mal oder so. Platz sieben. Ja, Platz sieben. Komm, wir kommen zu Platz sieben. Was wird es sein? Auf Platz sieben haben wir einen vielleicht eher wieder kleineren Geheimtipp. Außer man kennt meinen Kanal, dann hat man von Andy Schorf schon ganz viel gehört. Ja. Es ist The Party von Andy Schorf. So ein geiles Album, ey. Junge, Junge. Das ist auch das Album, mit dem ich Andy Schorf kennengelernt hab. Andy Schorf ist ein Musiker aus Kanada, ähm, der so, ich würd mal sagen, ganz komische Musik macht. Ich glaub gar nicht, ob das beschreibt das vielleicht ganz gut. Ja, komische, ruhige, chillige Musik irgendwie. Ich hab auch bisher noch nicht so richtig einen Zugang finden können. Ich hab ja auch schon ... Kann ich voll verstehen. Was heißt viel gehört? Aber ich hab durch den Podcast ja damals ein paar Songs gehört und jetzt auch wieder. Aber so richtig Klick gemacht, aber jetzt hat's noch nicht. Das hat bei mir auch noch gedauert. Also es ist auch so sehr verträumt und so. Und ich finde, es ist so, wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man so, ja, das ist irgendwie so Hintergrundmusik. Ja, ja, ja. Aber wenn du dann mal so, zum Beispiel dieses Album, die einfach mal so ganz anhörst und so ganz bewusst das hörst, dann finde ich das so krass, was da alles so passiert. Es ist halt alles so ganz so detailverliebt und, äh, ja, so ganz subtil eigentlich alles. Auch so ganz, so süße, kleine Melodien. Es ist einfach so richtig schön. Ah. Und, ähm, wie immer bei Andy Schorf, sind halt auch die Texte so richtig besonders, wenn man sich für sowas interessiert. Äh, ja, ich, ich werde auch nie vergessen, wie du das eine Album von ihm mal besprochen hast, wo es halt irgendwie auch um einen Stalker geht. Also das kann man so da reininterpretieren. Äh, das hast du auch so liebevoll und im Detail besprochen. Aber ich höre mich so, boah, der Typ liebt seine Musik. Ja, sein Andy. Der ist ja dann auch mit aufs Thumbnail auf einer Folge mal gekommen. Ich habe auch tatsächlich, zu diesem Album gibt es auch eine Besprechung von Matten und mir vom Angehört-Podcast. Also da kann ich mal hier so ein bisschen Crossover-Werbung machen. Von der alten Folge noch. Genau, es gibt eine ältere Folge, wo es über dieses Album geht. Also da kann ich dann nochmal, habe ich nochmal ganz ausgiebig das erklärt. Ja. Aber ich kann das ja mal so im Schnelldurchlauf machen. Äh, auch das hier ist nämlich ein Konzeptalbum. Das heißt nämlich The Party, weil es auf einer Party spielt. Also es spielt auf einer Party und es geht um verschiedene Charaktere auf dieser Party. Also es kommen auch mehrere Charaktere in den anderen Liedern wieder vor und so. Mhm. Und, ähm, was halt ganz cool ist, was halt bei Andy Schorf auch so ganz oft ist, ist es halt nicht so die coole Party und alle haben irgendwie Spaß. Es ist irgendwie so eine Hollywood-Party mit roten Bechern und so, weißt du? Ja. Sondern er ist da auf der Party und fühlt sich eigentlich voll unwohl. Also es gibt auch so den Text, I wish I just stayed home. Ich will hier einfach nur noch weg. Ich komme nicht klar mit den vielen Leuten und so. Und, äh, es beschreint eigentlich auch ... Es kann nicht klare Pinden, ja. Ja, genau, ich nämlich auch. Ich bin auch nicht unbedingt der Party-Trip. Also es gibt schon, also inzwischen hat sich bei mir das auch geändert. So wenn man in Hamburg ist, dann passiert das wahrscheinlich automatisch. Aber trotzdem kann ich das einfach noch voll nachvollziehen. Und es gibt halt auch so Lieder, bei denen es echt auch so awkward, so Sachen passieren. Denn es ist eigentlich das Album der Social Awkwardness. Und, ähm, ja, also wenn man sich da mal mehr mit beschäftigt, ist es sehr witzig. Ähm, ja. Und bei The Magical? The Magician. The Magician, also der Magier. The Magician. Da tritt ein Magier auf? Oder ist das ein Party-Magier, um den es da geht? Das könnte man, also es ist so eine Metapher für einen Typen, der so, äh, sich ganz cool auf der Party gibt und so. Aber in Wirklichkeit, äh, zittern seine Hände und er ist eigentlich so, er versucht irgendwie cooler zu sein, als er ist. Und das hat er irgendwie als Metapher für einen Magier gemacht, der irgendwie einen Kartentrick macht. Dabei zittert er voll und so. Und alle achten aber auf ihn, weil er so der laute Typ ist, aber in Wirklichkeit innerlich ist er das gar nicht. Ja, so geht's mir auch gerade. Ja, ich zitter auch gerade hier. Ja, du, neben dem Song hattest du mir auch noch Early to the Party empfohlen. Oh ja, das ist mein Lieblingssong. Early to the Party, you're the first one there, overdressed and underprepared. Den fand ich auch richtig cool. Also da, da konnte ich auch sehr mitwiden. Äh, allerdings das Musikvideo als, äh, jemand, der kein Fleisch isst, war ziemlich unangenehm. Also ich hab's mir jetzt beim zweiten Mal, hab ich auch so weggescrollt und, äh, ein bisschen die Kommentare gelesen beim Hören. Äh, weil's darum geht, es geht irgendwie darum, dass Leute sehr unappetitlich viel Fleisch sich reinstoppen. Äh, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich hab's mir das noch nie angeguckt. Okay. Ich hab dir das einfach nur... Dann tust du es vielleicht auch einfach nicht. Ja, okay. Also ich hab, äh, das Album kennengelernt, weil ich lustigerweise diese Plattenfirma, Anti heißt die, die, äh, find ich richtig geil, die hab ich auf YouTube abonniert und hab da schon viele neue Künstler dadurch entdeckt, weil die irgendwie echt einen guten Geschmack haben bei ihren Künstlern. Also das Label sozusagen. Genau, genau, ja. Ja. Und, äh, so hab ich den mal entdeckt und hab dann immer mal wieder so reingehört und dann hab ich tatsächlich beim Arbeiten das einfach mal angemacht, das Album, weil ich dachte, das ist gute Hintergrundmusik. Und dann bei Early to the Party dachte ich irgendwie so, Alter, das ist viel zu gut. Darum kenn ich nämlich das Musikvideo gar nicht, weil ich hab das immer nur auf Spotify gehört. Ah, okay. Und, ähm, ey, diese Streicher, da sind so krass. Ah, übrigens hat er auch alles selbst gespielt, also er spielt immer alles selber, alle Instrumente außer die Streicher, äh, spielt er selber. Also Drums auch, Klarinette, was auch, alles was da drauf ist, hat er auch zu Hause bei sich im Keller aufgenommen, das find ich richtig krass. Also auch ein krasser Musiker. Jo. Ja. Gibt es noch mehr zu sagen? Ähm, nee, äh, aus, mein Freund von mir hat das Album mal beschrieben. Mit den Worten, es schwebt so schön, und das find ich eine gute Beschreibung. Das möchte ich nochmal weitergeben. Okay, super. Alles klar, ja. Äh, dann kommen wir zu, wenn ich richtig gezählt habe, Platz, Platz 6. Präsentiere ihn uns, was wird es sein? Ich präsentiere euch, Platz 6. Ich streiche übrigens auch immer alles durch, ich hab ja hier auch mein Textdokument. Und durchgestrichen, der Andi. Das ist gut. Ja. Dann kannst du als nächstes durchstreichen. Äh, ja, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und alle, die mich kennen, sind wahrscheinlich schon genervt davon, dass ich immer den ganzen Tag nur über diese Band rede. Oh ja, allerdings ist das zu viel. Es ist natürlich Everything Everything mit Get to Heaven. Äh, mein, oh, eins meiner absoluten Lieblingsalben. Wer hätte es gedacht? Surprise. Äh, auch dieses Album haben wir schon im Angehört-Podcast sogar in einem der neueren ja schon besprochen. Ah, ja, gut. Ähm, aber, äh, ja, ich kann das ja darum der Szene nicht einfach rauslassen, das ist sehr wichtig. Nee, nee. Und, äh, ja, nur auf Platz 6 könnte man sagen. Also in meinem Kopf war das sogar noch weiter oben, weil ich das so geil finde. Es lag dann ... Ja, wundert mich auch, dass das die so, ja, weit da hinten sind. Es hat mich selber gewundert, aber die, die drüber sind, haben einfach so, da, da ist jeder, jedes Lied ein Treffer so. Und hier gibt's tatsächlich mindestens, also ja, eigentlich nur ein Lied, was ich scheiße finde. Das skippe ich immer. Und dann hab ich gedacht, nee, dann kann das nicht mein Lieblingsalben, äh, so, kann das nicht auf Platz 1 kommen. Ja, ja, argumentativ kann ich dir da folgen, ja. Aber ändert nichts daran, dass es einfach richtig cool ist. Everything Everything sind eine, ja, Art-Rock- oder Art-Pop-Band aus England. Ja. Ähm, und so, ja, das ist richtig ... Auch so ein bisschen Indie vielleicht, so. Ja, auf jeden Fall. Äh, Indie und ... Ja, ich finde auch witzig, die Bezeichnung Progressive Pop. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es das gibt. Für mich gab's immer nur Progressive Rock. Ja, oder Metal-Film, ja. Ja, genau, ja. Aber ich finde, Progressive Pop passt auch ganz gut. Ja. Ja, und das ist so eine Band, die so ... Was ich an denen so mag, ist, dass sie halt so richtig viel immer reinstecken in ihre Alben. Also, bei mir ist das immer so, ein neues Everything Everything Album kommt raus und dann bin ich erst mal ein paar Wochen lang nicht mehr ansprechbar. Weil ich einfach nur dieses Album höre, mir die Texte durchlese, irgendwie versuche zu verstehen, was sie damit meinen. Weil da ist immer so viel drin, was man da entdecken kann. Halbe Doktorarbeit schreibst du dann schon. Ja, echt. Also, ich habe übrigens schon wieder Cross-Promo hier dieses ganze Album auch gecovert. Mit meinen ... Ja, muss man sowieso mal dazu sagen, noch mal, wer jetzt vielleicht mit dieser Folge erst einsteigt beim Dr. Nick. Ja. Und Everything Everything auch mag oder interessiert ist. Du hast sehr, 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 sehr viel von denen schon gecovert hier. Ja. Und ... Ja. Und da habe ich, genau, sogar in der Videobeschreibung, die wahrscheinlich niemand liest, aber habe ich immer so auch so eine kleine Abhandlung über das Lied geschrieben, worum es da geht und so. Ja, mich das einfach auch selber so interessiert hat. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine gewöhnungsbedürftige Band. Also, das ist so eine Band, wo ich immer verstehe, wenn man damit nichts anfangen kann. Zum einen, weil das auch ... Also, das ist zum Beispiel keine Hintergrundband, weil es kann auch anstrengend werden, was sie da so verzapfen. Und der Sänger Jonathan Hicks singt sehr gerne in Falsett, also sehr hoch. Und das weiß ich auch, dass du das zum Beispiel nicht so magst, ne? Ja, es kommt drauf an. Also, ich habe jetzt zum Beispiel, ich muss ja schon mal sagen, mein Highlight hier von den beiden Songs, die du mir geschickt hast, war No Reptiles. Das fand ich richtig gut, jetzt auch beim zweiten Mal hören nochmal heute. Total gut gefallen. Und da singt er ja auch so hier und da auch ein bisschen hoch. Und da hat es mich zum Beispiel nicht gestört. Kann aber auch sein, dass ich mich langsam dran gewöhne. Das ist die Sache, ja. Ich finde die Band ja an sich auch sehr interessant. Du hast mir früher auch schon mal ältere Songs gezeigt von denen und so. Da war ich auch so, auch mit den Musikvideos zusammen, weil ich war so, ah ja, das ist schon cool. Also, ich sehe, ich sehe, was du meinst. Und auch Regrets kann ich jetzt auch kurz mal abhaken, hast du mir auch geschickt. Auch beim zweiten Mal hat es da schon viel mehr gegroovt, so. Regret, Regret. Er ist schon, auch dieses Musikvideo mit dieser Sekte und dieses Psychodelische. Ja, sehr gut. Bei No Reptiles hätte ich im Klammern auch mal Trollsong dahinter gepackt, weil sie die ganze Zeit aufbauen und aufbauen und aufbauen und es entlädt sich aber nie. Ja, ich nenne das ja immer musikalische Verarsche oder so, nennen wir das im Angehört-Podcast immer. Aber wenn man das weiß, kann man es tatsächlich dann noch mal besser hören, ja. Ja. Also, tatsächlich ist No Reptiles, da musst du mal oder müsst ihr mal in die Videobeschreibung gucken zu meinem Cover-Song von No Reptiles. Da habe ich wirklich eine seitenlange Abhandlung drüber geschrieben, weil ich das Lied so krass finde. Ich finde das so krass, ich finde das ist also das beste Lied, was die jemals geschrieben haben und ich würde es auch, das wäre auf jeden Fall in den Top Ten der besten Lieder überhaupt drin. Weil da ist so viel drin, dieser, also auch musikalisch, wie das anfängt, so richtig weird auch. Also, das kann ich gar nicht nachmachen, er rappt da ja so halb. Genau, da war ich mich auch so, wie hat er das gecovered? Das war schwer. Ja, weil er so ganz, ganz schnell hintereinander hoch, hohe Wörter rausstößt. Äh, ja. Also, es ist auch textlich so krass, er beschreibt da irgendwie so die ganze Menschheit, wie die so, wie so eine Art Geschwür über den Planeten fließt oder so und beschreibt das so ganz schnell und dann wechselt sich das noch total, also No Reptiles bezieht sich auf diese tolle Verschwörungstheorie der Reptiloiden, dass ja die Reptiloiden unter uns wohnen, ne? Ja, die irgendwie aus, äh, ja, ich weiß nicht, Nordpol, Südpol kommen, ne? Irgendwie. Ja. Ich hatte mich in den Jahren auch schon mal damit beschäftigt. Ja, ja, ich auch. Und er sagt dann halt so, nein, no, es sind keine Reptiloiden, es sind einfach, äh, also Menschen können auch so einfach scheiße sein und Politiker können auch so scheiße sein, es müssen nicht dafür Reptiloiden sein. Ja, generell sehr viele gesellschaftliche, politische Themen auch oft in den Songs verpackt, in irgendwelchen Metaphern und so. Auch das, das letzte Album, was ihr bei euch besprochen hattet, wo es auch um diesen Berg geht oder so, oder Abgrund? Ich weiß gar nicht, war es ein Berg oder ein Abgrund? Es war beides, weil sie, sie schaufeln einen Abgrund und mit diesem, was sie da rausschaufeln, bauen sie einen Berg, also. Ja, klar, natürlich. Du hast gut aufgepasst. Ja, wie gesagt, also hört euch die Sachen auch gern nochmal alle an, äh, ich bin großer Fan von euren Musikformaten und hab da auch schon mal im Umfeld schon drüber geschwärmt. Oh, oh, wow. Ja, sich mit dem Gast gutstellend. Und ich weiß, es wird noch ein Album geben. Ja, wo wir uns dann zerstreiten, live im Podcast. Nee, nee, ich sag extra gar nichts. Ja, ich muss auf jeden Fall zu diesem Album noch sagen, dass die ja, also sich, jedes Album hat auch so eine ganz eigene Atmosphäre und ist so ganz eigen und sind auch viele Konzeptalben dabei. Und das hier ist so, so das, ich nenne das immer das aggressive Album, auch wenn das nicht so richtig passt, aber das ist so das wütende Album auf jeden Fall. Ah. Es geht ganz viel um Terrorismus und so und so auch richtig gesellschaftskritisch die ganze Zeit und sie erregt sich in den Liedern immer über die ganze Menschheit eigentlich auf und ist so richtig sauer. Also echt so wütende Stellen mit bei, das finde ich irgendwie cool. Ja, ich finde auch der Sänger, der sieht so ein bisschen aus wie der Sänger von Architects, eine Metalcore-Band, die ich auch sehr gerne höre. Der hat auch so ein bisschen diesen Ausdruck und so und deswegen bin ich immer so, okay, jetzt gleich geht er voll ab, aber geht er dann nicht, sondern, ja. Ja, musst du vielleicht mal irgendwann reinschauen oder ich schicke dir mal was, wo er auch so eine ähnliche Frisur hat oder so. Ja. Die haben schon Ähnlichkeiten, ja, ja. Okay. Ja, aber der Witz ist auch, dass trotzdem, obwohl das auch so gewöhnungsbetrifftig ist, äh, tatsächlich sind manche Lieder auch tanzbar. Also zum Beispiel Spring, Sun, Winter, Jet kann ich auch noch empfehlen auf dem Album. Habe ich schon oft auf WG-Partys gemacht, äh, angemacht und, äh, hat zu Tanzanfällen geführt. Zu Tanzsituationen. Ja, genau. Ja, ich kann noch ganz viel reden, aber wer noch mehr wissen will, der hört sich einfach die, ähm, angehörte Podcasts an. Zu diesem Album an. Ja. Übrigens auch, ach, so geiles Cover-Artwork. Das liebe ich, äh, habe ich auch als T-Shirt reich das so gehalten. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, äh, vielleicht, äh, ich schicke dir das gleich nochmal. Ja, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ich werde auf jeden Fall auch mal in das Album reinhören. Ja, sehr gern. Oder mir das Album dann gleich geben. Ja, generell durch diese ganze, dieses ganze Albenthema, ne, das, das, ich höre jetzt gerade schon wieder viel, viel mehr Alben als früher. Allein dadurch, äh, weil man einfach diesen Fokus darauf verlagert hat. Ja. Ja, sonst, viele Einzelsongs sonst immer, ne. Das, ja. Ja, stimmt. Vor allem ist es ja so eine Riesenauswahl einfach an Bands, ne. Ja, voll. Ähm, aber das wollte ich auch eigentlich am Anfang schon sagen, dass ich, äh, halt echt gerne auch Alben höre. Ja, also, ich, natürlich hört man voll viel einzelne Songs und so und dann hat man irgendwie so seine Playlists. Aber ich liebe das auch mal einfach ein Album anzumachen und das auch so bewusst zu hören. Äh, auch wenn ein neues Album rauskommt, dann sitze ich hier einfach nur und höre mir das Album einfach an. Äh, das macht, ich, ich liebe so dieses, das Werk des Albums. Darum finde ich es auch schade. Es gibt dann manche Bands, die einfach ganz viele Singles nur rausbringen. Und ich, ich habe immer gerne so dieses Werk. Jo. Jo. Ja. Alles klar. Dann kommen wir doch mal zu Platz 5. Und wir sind jetzt bei der goldenen Mitte angekommen. Wow, 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 wow. Was hast du da für uns? Präsentiere es uns bitte. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen absoluten Klassiker. Es ist eins der meistverkauften Alben der Welt. Ah, okay. Es ist Dangerous von Michael Jackson. Jawohl. Äh, ja, ich meine, da muss ich wahrscheinlich nicht mehr so viel zu sagen. Aber Michael Jackson könnte der eine oder andere kennen. Ja, schon mal gehört. Ja, ne? YouTube-Kanal verweist 30 Millionen, äh, Abonnenten. Ah, ja. Könnte das kennen. Ja, und der ist halt bei mir schon seit meiner Kindheit irgendwie dabei. Das war so der erste Künstler, den ich, den ich so bewusst als Kind irgendwie gehört habe und geil fand. Und irgendwie, davor habe ich Rolf Zukowski gehört und sowas. Und Michael Jackson war das erste, den ich so richtig krass fand. Habe dann die CDs von meinen Eltern angemacht, ganz laut auf der alten Anlage und habe das gehört. Und, äh, ja, die hatten nämlich, so mein Vater war ein riesiger Michael-Jackson-Fan. Der hat den sogar live gesehen. Oh. Im Weserstadion in Bremen. Krass. Und, äh, da wurde ich dann halt so von angesteckt. Und ich musste dann auch später immer so dafür kämpfen, weil, als man dann so im Alter war, wo man so coole Musik gehört hat, wie die Ärzte oder, keine Ahnung, Green Day. Ja. Oder alle haben dann irgendwie, weiß ich nicht, New Metal gehört und, und Limbiscuit oder keine Ahnung. Und ich habe immer noch Michael Jackson gehört. Und dann immer, oh, der ist doch voll scheiße. Immer mit Au! Und so. Ja. Ja, und teilweise eben auch die Gerüchte, die damals so aufkamen. Ja, genau. Und so weiter, ne? Und viele, viele Theorien um den drum und viel schmutzige Wäsche und so. Das ist auch schade, aber ich musste einfach dann Kunst vom Künstler trennen. Ich kann es nicht anders machen, weil ich den einfach seit meiner Kindheit höre. Und ich finde den auch immer noch richtig gut. Ich habe mir auch genau dieses Album letztens gekauft als Platte, weil ich jetzt endlich mal so einen neuesten Plattenspieler habe. Und da dachte ich mir, ich muss ja die besten Alben auch als Platte haben und habe mir das geholt. Ja, vor allem das Cover-Artwork ist auch mega gut. Ja, ja. Also meine Güte. Da habe ich mich auch als Kind drin verloren. Ja, ich auch. Ich habe das angemacht und saß dann immer vor dem Buckle und habe mir das genau angeguckt, was man da alles so entdeckt in diesem Artwork. Geil. Ja, gibt es da auch irgendwie so eine Art Interpretation zu oder irgendwie? Ja, ich habe mir nämlich dann auch mal angeguckt, wer das gemacht hat. Ich folge auch dem Typen auf Instagram jetzt, weil ich den so cool fand. Der hat auch noch mehrere andere Cover-Artworks gemacht. Mark Ryden heißt der. Und der wurde irgendwie beauftragt und ihm wurde gesagt, dass Michael Jackson's Augen eine wichtige Rolle spielen sollen. Ja. Es sollen Tiere und Kinder drin vorkommen und es soll die Erde in Gefahr zeigen. Und es darf auch ruhig gruselig sein, aber es soll trotzdem Spaß machen. Das waren die Vorgaben. Und da, es ist echt wie so eine, ich weiß auch nicht, wie so eine dystopische Welt sieht das eigentlich aus, finde ich. Ja, hat auch so ein bisschen was von einem Freizeitpark. Ja, genau. Ja, passt ja dann auch. Ja. Ja, ich habe auch eine kleine Geschichte zu dem Album. Ich habe das auch als Kind damals aus Besagter Bücherei ausgeliehen. Und fand es auch jedenfalls sehr spannend. Ich habe es dann auch nicht super oft gehört. Also ich habe mich jetzt nicht so verliebt wie du dich in das Ganze. Aber ich kann trotzdem die Meinung, die du zu Michael Jackson hast oder diesen Stellenwert, der ist bei mir auch so da. Also ich feiere den auch wirklich sehr und ist für mich einfach auch, gerade was Popmusik angeht, ganz, ganz vorne mit dabei. Ja. Also ich glaube auch, dass viele, auch so Michael Jackson-Fans, wahrscheinlich ein anderes Album gewählt hätten, vielleicht Thriller oder so. Ich wahrscheinlich auch. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber ich liebe vor allem bei diesem Album, das hat er zum ersten Mal mit einem anderen Produzenten gemacht. Ich war ja so Quincy Jones immer sein Hauptproduzent und auch bei den ganzen erfolgreichen Alben. Und hier hat er das mit jemandem namens Teddy Riley gemacht, der diese ganzen, hier sind ja sehr so merkwürdige Industrie-Sounds auch damit bei. Also das sind so ganz komische Beats, die hier auf diesem ganzen Album zu hören sind. Und die gerade finde ich so geil. Das hat immer noch so einen geilen Sound, wenn man das so laut anmacht, da raste ich aus. Also auch zum Beispiel bei dem Lied, was ich dir geschickt habe. In the Closet. Genau. Das ist auch eins meiner Lieblingslieder. Das ist auch gar nicht so bekannt. Nee, ich kannte das. Ich hatte das überhaupt nicht mehr am Schirm. Aber da finde ich den Beat so geil. Da ist so ein Geklapper mit drin und Geklirre und so. Das finde ich so geil. Das liebe ich. Das ist auch sehr, sehr sexy, das ganze Ding. Auch das Lied einfach. Ja, das ist erst mal das Lied an sich. Und das Musikvideo, ich hatte das ja schon in der Vorbesprechung gesagt. Ich hätte das damals nicht gucken dürfen, wenn meine Eltern dabei gewesen wären. So das ist schon hoch erotisch. Ja, und das andere hier, Will You Be There, ist ja zum Free Willy Soundtrack dabei gewesen. Und im Musikvideo sieht man dann die ganzen Free Willy Sachen. Ja, ich glaube, den kann ich heute nicht mehr gucken. Das ist so. Ich habe den nie gesehen. Ach so. Ich hätte dir nicht die Musikvideos schicken sollen. Ich habe das einfach nur so gemacht, weil es das gab. Ja, ich glaube, ich mache das auch so. Außer ein Musikvideo ist besonders bemerkenswert. Wenn ich dir dann meine 20 schicke, versuche ich auch eher nur die Songs sprechen zu lassen. Ja, hätte ich auch machen sollen. Naja. Ja, also bei Austin's war ich überhaupt nicht traurig drum. Ja. Nee. Weil Will You Be There, finde ich, ich wusste früher nicht, dass das zu Free Willy gehört. Ja. Sondern das ist ja so gospelartig, fand ich irgendwie mega cool. Ja. Ja. Ach, das sind so viele geile Songs. Ich meine, die Hauptsingle ist ja Black or White, was ja auch so eins meiner Lieblings-Singles auf jeden Fall von Michael Jackson ist. Fand ich auch das Musikvideo so krass früher. Und Heal the World ist da drauf. Also da sind schon so richtig krasse Songs bei. Aber ich mag auch die ganzen Lieder, die man nicht so kennt, wie zum Beispiel Why You Want eine Trip on Me, finde ich auch richtig gut. Es hat auch sehr viele Songs, das Album. Ich glaube, 15 Songs oder so. Ja, 14, glaube ich. Ja. Ja. Also, wenn man nur so diese krassen Michael Jackson Songs kennt und sich noch nie mal ein ganzes Album angehört hat, dann hört euch doch einfach mal Dangerous an. Ein kleiner Tipp von mir. Okay. Ja, das war Platz vier, ne? Ja. Äh, nee, jetzt kommt Platz vier. Wo hab ich denn was noch nicht durchgestrichen hier? Naja, wird schon passen. Stimmt, ja, doch. Ja, okay. Gut, dann moderiere ich mal deinen vierten Platz an. Was wird das sein? Let's go. Also, nochmal, äh, als, als Warnung, die letzten vier Plätze, die jetzt kommen, das sind für mich wirklich so 100% Album, Alben, das stimmt alles. Die sind von vorne bis hinten perfekt. Und die kommen jetzt. Die musste ich dann auch nochmal sortieren, das war schwer. Aber ich hab mich entschieden für auf Platz vier, äh, Jan Delay mit Wir Kinder vom Bahnhof Soul. Aus deiner Stadt. Ja, genau. Es ist auch die Sternbrücke auf dem Album drauf, die gerade in diesem Moment abgerissen wird. Sie ist nur noch auf dem Album vertreten. Ja, ist wirklich so. Alter. Ähm, ja, wir Kinder vom Bahnhof Soul. Ah, ich seh's einfach so cool. Vor allem, witzigerweise, ist es das Album, was dazu geführt hat, dass wir diesen Podcast hier gerade machen. Weißt du das eigentlich noch? Äh, wirklich? Ja, wir haben auf dem Discord irgendwie über, ich glaub, dieses Album oder über Jan Delay geredet. Ja, genau. Genau, da hab ich erzählt, dass ich auf einem Konzert war von dem Ding. Ja. Also auf dem, auf einem, auf dem Tourkonzert von, zu dem Album? Ja, wahrscheinlich hab ich gesagt, dass ich bald auf dem Konzert bin. Das war nämlich letzte Woche Freitag. Ja. Äh, da hab ich da irgendwie drüber geredet. Und du meintest dann, äh, ab diesem Album fandst du den nicht mehr so gut. Und ich hab gesagt, ey, das Album ist mein, mein Lieblingsalbum aller Zeiten. Das wär wahrscheinlich in meinen Top Ten. Und dann haben wir gesagt, ey, wir können auch mal in der Top Ten aufstellen. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Oder, genau, genau. Ja, und es hat sich bewahrheitet. Äh, hier ist es. Also, Jan Delay verfolge ich auch schon ganz, ganz, also ganz lange so seit den Beginnern. Der hat mich überhaupt so für, äh, Rap, äh, ich dachte früher Rap wär immer nur so Gangster und so. Ich kannte irgendwie so Sido und Bushido und dachte, was ist das für ein Scheiß? Und dann hab ich irgendwann gecheckt, ach so, es gibt ja auch die Beginner, es gibt ja auch mal guten Rap. Ja, gerade aus deiner Stadt kommen so viele tolle, äh, uns, also auch Künstler der 90er, Anfang 2000er, ähm, Hammer, hab ich ganz viel früher gehört, die ganzen Leute. Also, einer meiner, mein Vater hat mir früher immer Singles mitgebracht, voll witzig. Irgendwie, sowas gibt's ja gar nicht mehr, so Singles auf CD. Maxi-CDs haben wir die. Ja, oder sowas, genau. Und da hatte ich, war eine meiner allerersten CDs, die ich hatte, war Gustav Gantz als Single von, von den Beginnern, ne, da haben die mich so richtig reingeholt. Richtig guter Sting, ne. Ja, und dass dann Yandile irgendwann mal so gewechselt hat und mal so ein paar andere Musikstile ausprobiert hat, find ich auch irgendwie richtig cool. Erst mit Reggae und dann so jetzt mit Funk. Äh, find ich geil, weil das macht doch auch niemand, also so, was gibt's für Deutsche? Der Casper würde mir noch einfallen, der hat auch mal so ein, so ein Big Band, Album gehabt oder sowas. Ja, so richtig Funk find ich das auch nicht. Also, das ist so ein Rock, Rock Rap irgendwie. Nee, der hatte auch mal, der hatte, oder waren's so einzelne Songs, auf jeden Fall hat der auch mal was so. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, ja, du hast recht, es gibt, äh, du hast voll recht, es gibt's auch so richtig mit Bläsern und so, ne. Genau, und Blumio auch teilweise, der hatte auch so ein paar Songs, äh, ja, aber das sind ja auch eher so, ja, jetzt nicht die typischen Rap-Vertreter. Ja, genau, aber ich mag's auch halt immer, wenn man viel rumprobiert und das, das macht Jan Delay auf jeden Fall und ich kenn halt keine anderen deutschen Bands oder so, die so einfach puren Funk machen, das find ich cool, dass er sich dem mal widmet. Und dieses Album ist einfach das Perfekte, es gab vorher noch Mercedes Dance, das ist auch cool, aber ... Ja, kann ich mich auch noch erinnern, ja. Für mich ist Wir Kinder vom Bahnhof Soul das, das Perfekte, das ist, ey, das kann man von vorne bis hinten durchhören, ich höre das gerne beim Kochen und muss zwischendurch immer tanzen, also das, da muss ich immer Tanzpausen einlegen. Und mein Highlight ist auf jeden Fall Oh Johnny ist ja auch die Single, äh, ach, das geht einfach so ab. Da schmeckt's ja besonders gut, ja. Ja, genau. Ja, ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig so mit seiner Stimme, mögen bestimmt manche auch nicht, aber ich find's gerade gut, dass er so eine, meine besondere Stimme zu bieten hat, ich kann das überhaupt nicht, Entschuldigung. Äh, ja, was hab ich dir eigentlich noch geschickt, Oh Johnny, und ... Du hast mir noch, äh, Kommando Bauchladen gesagt. Ah ja, ach, auch so geil. Aber jemand kriegt mich nicht gleich. Ja, und ich muss euch nicht gleich. Niemand kriegt mich nicht gleich. Ich bin Schweine. Ja, auch so eine sehr politische Nummer, ne? Ja, oder es geht ja eigentlich so um die, dass überall so die gleichen Marken und so, also politisch, eher so gesellschaftlich. Ja, ja, Politik ist ja eben auch, Politik ist ja sehr vielfichtig, also das kann ja eben auch solche Bereiche dann betreffen. Ja. In jeder, ähm, in jeder Innenstadt, da steht das Gleiche, sagt er. Ihr kriegt mich nicht gleich. Äh, ich hatte, ich hatte auf jeden Fall in die Kommentare geschaut und da wurden große politische, äh, Diskussionen geführt um, um den Inhalt des Textes, deswegen kam ich jetzt so, so drauf. Also es hat die Leute angeregt, äh, sich, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, ja, das wollte er ja vielleicht auch. Vor allem ist er ja auch dann trotzdem auch selbstkritisch und das Lied endet ja damit, dass, äh, mit Ring, Eis fällt und dass, äh, jemand bei ihm anruft und sagt, ja, du, du laberst hier von Marken und die Konzerne sind scheiße, aber du hast selber immer Nikes an die ganze Zeit und redest von deiner Nike-Sammlung. Finde ich witzig, dass er sich da so ein bisschen selbst verhascht. Lüchse sind auch eigentlich keine Rudeltiere. Richtig, richtig. Ähm. Rhyme ist fett. Rhyme ist fett. Ja. Finde ich witzig, dass dieser Insider auch noch, äh, fortgeführt wird. Das ist auf fast jedem Album ruft am Ende jemand an. Ja. Äh, ja, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen? Ja, achso. Es gibt noch, äh, zwei, oder zwei fast Instrumentalsongs auch, was ich ganz cool finde. Sowas gibt's auch relativ selten. Ähm, ja. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Ja. Also, ich kann ja auch ganz kurz meine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte es ja vorhin schon mal nebenbei fallen lassen. Ich wurde damals auf, auf das Konzert eingeladen, weil irgendjemand abgesprungen ist. Und da waren wir dann zu dritt. Und dann musste ich mir im Schnelldurchlauf dieses Album vorher anhören. Und ich war damals gar nicht mehr so in dem Modus für so eine Musik. Und wahrscheinlich, ich meine, da war ich auch Anfang 20, ne. Ich meine, ich meine, jetzt bin ich 37 und das ist einfach eine ganz andere Welt. Äh, ich fand die Songs auch ganz angenehm zum Hören, muss ich jetzt sagen. Also, hab da keine Antipathie gehabt. Aber damals fand ich's halt leider nicht so toll. Und das Konzert selber, boah, das war echt nicht so geil. Ich weiß nicht genau, woran's lag. An der Sound-Up-Mischung oder dass das Bo die Vorgruppe war. Die hat die Stimmung schon mal ordentlich runtergerissen. Ja, das Bo bin ich auch nicht so. Und vor mir standen halt auch nur so große Hühnen und wir waren recht weit hinten. Ja, und das hat mich leider auch nicht so abgeholt. Es gab eine Passage, wo er dann Hüchse gerappt hat auf dem Yeah-Beat von Ascher. Das war mein Highlight des Konzertes. Aber die Musik selber, damals zumindest, leider hat's mich nicht so abgeholt. Ja, also ich war jetzt ja gerade vor einer Woche zum ersten Mal auch erst. Also, ich hör den schon so lange und hab's jetzt erst geschafft, auf ein Konzert zu gehen. Ach, krass. Und ich fand's richtig cool. Vor allem so auch mit Live-Bläsern und so und den Backlern-Sängern. Okay. Ja, also, das ist auch immer noch dieselbe Band, die er da hat. Die Disco-Name. Ach, stark. Das find ich ja richtig nice. Ja, also, der hat auf jeden Fall Bock und das macht gute Stimmung. Aber vielleicht hatte ich auch einfach bessere Umstände als du. Ja, wer weiß, ne? Das ist ja manchmal so, dann hörst du ein Jahr später nochmal die gleichen Sachen. Dann bist du, ey, warum fand ich das denn damals komisch oder so? Ja. Ja. Das ist wirklich so. Alles klar, wir kommen zu Platz drei. Wir sind in den magischen Drei gelandet. Dann schieß mal los. Was hast du da für uns? Ja, auf Platz drei ist das Klassiker-Album aller Klassiker-Alben. Ähm, es ist von einer kleinen, unbekannten Indie-Band namens The Beatless. Ja, die auch die Pilzköpfe genannt werden. Ja. Und es heißt Abbey Road. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal dieses Cover gesehen, wo die Beatles über so einen Zebrastreifen laufen. Ach, das ist das, ja. Ja. Was ja auch noch gar nicht oft parodiert wurde. Nee, gar nicht. Tausendfache auswählen. Ja, und, ähm, das ist für mich so von diesen ganzen Klassiker-Alben und auch so, äh, ja, einfach das Beste. Ich hab immer gesagt, das ist eigentlich so ein Album, das sollte jeder mal in seinem Leben gehört haben. Auch weil ich, als ich es zum ersten Mal gehört hab, da war ich auch schon, weiß ich nicht, vielleicht, also über 20 auf jeden Fall. Und hab dabei die ganze Zeit gedacht, Alter, das ist immer noch so gut, das ist so alt. Also natürlich hört man, dass es irgendwie alt ist, weil es irgendwie noch ältere Aufnahmetechniken hat. Aber so von den Songs her ist das, das könnte immer noch so rauskommen. Ich fand das so geil. Ich war so begeistert, dass ich das zum ersten Mal gehört hab. Und Beatles, äh, war sowieso schon immer so mein Ding. Und, äh, hatte dann auch, ich glaub vor zwei Jahren oder so, hatte ich dann noch so eine kleine Beatles-Phase und hab mir, äh, die Beatles komplett verwendet. Headbox geholt und hab mir alle Alben angehört. Ah. Und hab, äh, auch da noch festgestellt, Abbey Road ist einfach das Beste. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Geile und ich glaub für viele ist auch Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band immer so das Lieblingsalbum, aber ich find Abbey Road ist noch krasser. Ach, krass. Hier wurd's ein bisschen frech tatsächlich, du hast mir auch zwei Songs geschickt. The Long One, äh, The Long One, ja. Das kann ich gleich erklären. I Want You und ein Titel, acht Minuten und der andere sechzehn. Aber ich auch so, okay, dann muss ich kein schlechtes Gebissen haben, wenn ich mir, wenn ich dir irgendwie so ein vierzehn Minuter von Wintersun dann nachher schicke oder so. Also, das war nicht, um dich zu ärgern, sondern ich musste ja meine Lieblingslieder wählen. Ja, ja. Und, äh, vor allem dieses ganz lange, äh, The Long One, das sind eigentlich ja ganz viele kleine Kurzlieder sozusagen, äh, aneinander. Das ist nämlich einfach die zweite, also die B-Seite von der, von der, ähm, ja, genau, ja, kann man auch so nennen. Ja. Äh, also die ganze B-Seite von dem Album ist das einfach. Also, wird eigentlich auch als einzelne Lieder angegeben, aber die haben's halt, äh, für mich funktioniert das nur zusammen, weil ein einzelnes Lied davon irgendwie so ein 1-Minute-7-Lied ist irgendwie merkwürdig. Ah, okay, okay. Weil das ist auch so eine Reise. Es fängt an mit You Never Give Me Your Money und das wird dann in dem letzten Lied nochmal aufgegriffen, auch musikalisch und so. Also, das ist wie so eine Reise. Darum hab ich dir das so gesagt. Cool. Und I Want You, She's So Heavy. Äh, ja, ich weiß, es ist mega lang, aber bei dem Lied, den ich so ausgerastet, dass ich das zum ersten Mal gehört hab, weil ich find das so, das ist so ein Lied, das man niemals von den Beatles erwarten würde. Ich find, das ist wie so ein Progressive-Rock-Song, der am Ende irgendwie komplett ausrastet und irgendwie drei Minuten lang immer diese sich wiederholenden Akkorde haben, die so ganz merkwürdig sind und sich immer mehr steigert mit so richtig krassen Störgeräuschen. fand ich richtig cool und dann endet es auch noch mittendrin, ich hab mich beim ersten Mal richtig erschrocken, weil ich hab's so richtig laut gedreht und bin so richtig abgegangen und dann endet das ja mit Absicht irgendwie nicht auf den Takt, sondern einfach so ganz plötzlich, ich hab richtig alles aus der Hand fallen lassen, was ich in der Hand hab. Okay. Ja, ich find's echt geil. Es hat ja gar nicht so die mega krassen Singles, die man so kennt, also Here Comes the Sun ist da drauf, das kennt man ja, glaub ich, und Come Together, das weiß ich gar nicht, ob das so bekannt ist, aber das sind eigentlich so die einzigen beiden Lieder, die man kennen könnte. Ja, okay, ich glaub, das ist nämlich auch gar nicht so bekannt. Also wer so die krassen Let It Be oder so Songs hören will, der ist hier falsch. Vielleicht ist das Cover ja auch einfach so stark gewesen, dass das deswegen, allein weil's schon ein Beatles-Cover ist, so durch die Popkultur gegangen ist. Ja, und weil's einfach gut ist. Die ganzen Songs, die du jetzt auch genannt hast, die hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, nee, das ist auch so, aber die Bekannten müssen ja nicht, heißt ja nicht, dass sie gut sind. Nee, vor allem ist ja auch was Persönliches hier, ne? Ja, genau. Aber ich bin ja, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Geheimtipp von mir ist, das ist schon ein sehr beliebtes Album. Vor allem ist es, also ich glaube, dass es auch so gut ist, weil es deren letztes Album ist, was sie aufgenommen haben. Es kam zwar danach noch das Album Let It Be raus und das wird immer als ihr letztes Album behandelt, aber das haben die vorher aufgenommen. Die haben Let It Be aufgenommen, dann haben sie gesagt, okay, wir hören jetzt auf mit der ganzen Scheiße, ich hab keinen Bock mehr auf die Beatles und dann haben sie noch dieses Album aufgenommen, was sie dann aber vor Let It Be rausgebracht haben. Deshalb ist eigentlich Abbey Road das Letzte und weil sie es auch schon im Bewusstsein geschrieben haben, dass es ihr letztes wird. So ein bisschen wie Stephen King, der ja auch manchmal Romane schreibt, dann beendet er sie und dann kommen sie erst mal in die Schublade und er arbeitet schon wieder an einem anderen und dann bringt er das, dann muss das erst mal so ein bisschen reifen und dann bringt das dann erst raus, ja. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen so. Ja, ich glaube schon und ja, ich finde das eine perfekte Reise, dieses Album und vor allem endet es mit dem Satz, and in the end the love you take is equal to the love you make. Das ist der letzte Satz sozusagen, den die Beatles jemals aufgenommen haben und ich finde das ist irgendwie eine schöne End-Message. Sehr schön. Ja, darum wer die Beatles nur so irgendwie Yellow Submarine kennt oder so, hört euch doch mal dieses Album an. Genau. Ja, alles klar. Du enthältst dich jetzt lieber, ne? Ach, ich würde alles ganz wunderbar geben. Okay, ja gut, gut. Wenn du nichts noch weiter was dazu zu sagen hast, kommen wir zu Platz zwei. Oh. Oh ja, wir sind ganz schön weiter oben. Ich habe auch nur noch zwei übrig. Ja, das passt ja. Ja, das passt sehr gut. Dann hau mal raus. Was ist deine Nummer zwei? Es ist von dem irischen Folk-Künstler Damien Rice das Album My Favorite Faded Fantasy. Jo. Ja, Damien Rice ist auch jemand, der mich schon lange begleitet. Da war es auch sehr schwer, ein Album überhaupt auszuwählen, weil das haben wir ja auch noch gar nicht gesagt. Du hast es ja, glaube ich, auch so gemacht, dass wir uns nur ... Ich wollte nur von jeder Band ein Album da drin haben. Ja, bei einem Künstler hast du so ein bisschen getrickst. Ja, ja, das stimmt. Spoiler. Spoiler. Aber eigentlich nicht. Es ist ja was anderes. Ja, ja, ja. Aber ja, genau. Wir hatten gesagt, auch wenn wir eigentlich von einer Band, weil wir die so lieben, zwei drin haben wollten. Also ich hatte auch mehrere Bands, wo wirklich zwei vorkamen. Aber eins soll es dann sein. Ja. Hier war es zum Beispiel auch sehr schwer. Sein Debütalbum Oh ist auch sehr, sehr gut. Aber ich habe mich dann für das hier entschieden, weil das einfach so vom Album her irgendwie runder ist und so eine insgesamt so eine komplette Atmosphäre irgendwie hat. Und sein Debütalbum ist so ein bisschen durcheinander, finde ich. Ja, Folk. Also ich höre schon mega lange, Folk ist so eins meiner Lieblingsgenres. Ich werde ja auch bald eine Videoreihe über Genres machen. Oh. Und dann auch über Folk nochmal sprechen. Der Ankündigungsdoktor. Ja, ja, echt, weil ich kenne das immer so, dass ich Leuten erzähle, was hast du so viel Musik? Und dann sage ich Folk. Und dann sagen die, ach so, so Irish Folk, so da, 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 mit so Geigen und so. Nein, nein, das ist kein Irish Folk. Es ist einfach Folk, der amerikanische Folk eigentlich, obwohl es ein Irre ist. Also nicht falsch verstehen. Sad Folk. Ja, genau, ja. Depressing Folk. Fandst du es so depressing? Ja, das stimmt schon. Ja, so von der Grundstimmung schon, muss ich sagen. Zumindest die beiden Songs. Kann ich aber kurz sagen, du hast mir It Takes A Lot To Know A Man und I Don't Want To Change You. Die hast du ja geschickt. Und ich bin tatsächlich bei It Takes A Lot To Know A Man, bin nicht hängen geblieben. Der andere, hab ich nicht so den Zugang zu bekommen, aber bei dem anderen, da war ich am Anfang so, ah, das klingt schon sehr nach so einem Schmachtsänger für Mädels irgendwie. Wo kommt der denn her? Ja, aber dann kam irgendwie der Refrain und dann lufte ich mich so rein und ja, hat mir dann doch auch recht gut gefallen, die Nummer. Vor allem, die geht ja auch wieder fast zehn Minuten, ne? Ja, stimmt. Obwohl man auch sagen muss, also zumindest ging es mir jetzt so, ab der Hälfte ist der Song eigentlich auch schon durch und fadet dann noch fünf Minuten aus, oder? Ja, mit so Geigen. Ja, ab der Hälfte natürlich nicht, aber die letzten Minuten auf jeden Fall, ja. Ja, ja, oder so das letzte Drittel irgendwie, ähm, ja. Ja, ich finde das Lied ist so ein richtig, also das ist auch ein Lied, was, glaube ich, in meinen Top Ten Liedern aller Zeiten wäre, weil ich, äh, ich finde das so ein krasses Werk und es geht irgendwie so um die ganze Menschheit und, äh, diese verschiedenen Parts, die dieses Lied hat, da ist ja zwischendrin noch so ein Part, wo er so ganz durcheinander singt, so mehrere Stimmen, die so ineinander Faden irgendwie, also da passiert so viel in diesem Lied, äh, darum finde ich das mega geil, ich finde diese Melodie so geil, aber auch von den Geigen auch, ist einfach toll. Also es ist auf jeden Fall ein trauriges Album, kann man schon sagen, es ist so ein Herbstalbum irgendwie, und auch schon so, es sind so ein paar Herzschmerzlieder dabei, I Don't Want To Change You, ist, glaube ich, auch so. Das ist schon sehr traurig, ja. Ja, aber ich finde, also, ich finde, ich finde, doch, das kenne ich, äh, tatsächlich. Ja, okay. Ich finde aber, es ist nicht so, ich finde dadurch, dass, das hat so schöne Gesangsmelodien, die sind so richtig schön, dass ich es dann nicht so depressiv finde, also ich ist schon traurig, aber eher so herzschmerztraurig, aber nicht so depressionsartig. Ja, das war jetzt auch nicht negativ gemeint, ich höre ja auch, ich höre ja auch gerne Sachen, die sehr, äh, in so eine Richtung gehen, ja, ja. Nee, 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 ich wollte nur, ja, genau, die Stimmung irgendwie versuchen rüberzubringen. Jo. Wurde übrigens von Rick Rubin, äh, produziert, was ich sehr witzig finde. Ja, es ist ein, äh, bekannter Produzent, der hat ganz viel verschiedene Sachen gemacht, der hat ganz früher die Beastie Boys und sowas gemacht, aber auch die Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, äh, Linkin Park, System of a Down, der hat einfach richtig great, Johnny Cash, also auch so ganz viele verschiedene Sachen. Ja, genau, und, äh, finde ich witzig, und ich glaube, dass es darum auch so aus einem Guss ist, so dieses Album, so richtig, so die schönsten Geigenarrangements, die man sich, äh, vorstellen kann auf diesem Album, äh, darum ist es auch auf Platz 2, weil das einfach so, das kannst du von vorne bis hinten durchhören, du bist dann vielleicht traurig danach, aber, äh, es ist einfach so ein schönes Album, das kannst du eigentlich anmachen und dann kannst du irgendwie in deinem Bett versinken oder so. Also lieber nicht zum Kochen hören, sondern. Ja, genau, da passt das vielleicht nicht so. Dann schmeckt die Suppe etwas zu versalzen wegen diesen Tränen, ja. Es sind auch nicht nur so irgendwie so Love-Songs oder sowas, äh, sondern auch viel so eher so selbstkritische Songs. Ah, sehr persönliches Album. Ja, ja, wo er auch so über sich im Spiegel irgendwie und sein Spiegelbild irgendwie so kritisiert sozusagen, also er meint nicht sein Äußeres, sondern er kritisiert sein Inneres sozusagen und, ähm, der Typ ist auf jeden Fall, ey, wenn man sich auch mit dem beschäftigt, Damien Rice, der, äh, hat auch eine krasse Story, hat irgendwie mit seiner Bandkollegin, hatten die irgendwie eine Beziehung, dann war der Schluss und dann hat er alles abgebrochen, hat die, hat die Tour noch zu Ende gemacht, hat gesagt, okay, tschüss, ich mach nie mehr irgendwas, hat, äh, äh, ist nach Island ausgewandert und hat da irgendwie in einer Einöde acht Jahre lang in Island gelebt und war völlig fertig, hat, man hat ein paar Bilder gesehen, der hat sich nicht mehr die Haare und den Bart geschnitten, er war einfach so ein verzauselter Typ und hat dann nach acht Jahren gesagt, okay, äh, hat sich die Haare abrasiert komplett und hat ein neues Album rausgebracht und das ist dieses hier. Ja. Das ist aus diesen acht Jahren, äh, sind diese acht Lieder entstanden und, ähm, ja. Genau aus diesem Grund bin ich ungesell, hat mir sowas nicht passiert. Aber dann wirst du auch nie so ein Album schreiben. Ja, das hat man ja auch ganz oft, dass die, dass, also jetzt gerade auch bei Alben, ähm, da fällt mir auch ein Album ein, was ich, was wahrscheinlich dann auch in meiner Liste vorkommt, wo der Künstler einfach so krass am Boden war und so zerstört, aber daraus sowas Geniales gemacht hat, äh, aus diesem Schmerz heraus, ja, ja. Genau, das ist genau hier auch passiert. Da bekommst du dann auch deinen 14-Minuten-Song. Ah, ja, danke. Mach dich drauf gefasst. Ja, cool, cool. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, ja, ist in Ordnung. Aber lass dich drauf ein, das wird vielleicht funktionieren. Mach ich ja auf jeden Fall. Ja, das wird wild, glaub ich, nochmal. So. Ja. Ja. Da können wir jetzt, ja. Dann können wir jetzt zum, da, 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 da. Und Platz eins von Nikolaus Hamburg. Geil, lass krachen. Ich weiß es schon. Ja. Es ist, meine Damen und Herren, ein ganz besonderer Künstler. Er heißt mit Nachnamen Urlaub und mit von Ampharin. Wuhu. Keiner Bagger. Sein drittes Album, die Wahrheit übers Lügen. Die Wahrheit übers Lügen. Das hab ich ja auch im Regal. Ja, ich hab das auch. Ja, geil. Geil. Ich hab das auch und das damals auch sehr, sehr gern gehört. Also, ja. Guck mal, ach, da hab ich mich auch sehr gefreut, dass das mit dabei war. Vor allem, dass es jetzt sogar Platz eins ist. Ja. Ach toll. Ach toll. Das war ja, also, ich wusste immer, dass das Album dabei sein würde. Ich hab auch ganz oft immer gesagt, so, wenn ich an, also, das ist einfach eines der besten Alben, die es gibt. Aber, dass es wirklich auch Platz eins sein würde, das war dann für mich selber auch noch mal sehr interessant. Das hätte ich auch nicht erwartet, nee. Äh, ich find, das ist einfach das perfekte Album. Und, äh, ich bin schon so, ich bin seit meiner, sag ich weiß nicht, seit der fünften Klasse oder so Ärzte-Fan. Und dann kamen irgendwann die Farin-Urlaub-Alben. Und es ist mir ja schon fast weh, das zuzugeben, aber ich finde ja die Farin-Urlaub-Alben meistens sogar besser als die Ärzte-Alben. Ja. Ich bin leid, dass ich das sagen muss. Nee, kann ich aber nachempfinden. Vor allem, weil die oft auch härter sind, auch ernster, nochmal von den Texten, nochmal sehr, ja, ja, die, die gehen auch tief, hab ich irgendwie auch das Gefühl, so, ne? Ja, ja, stimmt, weil bei den Ärzten ist halt auch viel Quatsch dabei, was ja auch gut ist, aber ... Ja, bei Farin auch, aber es ist trotzdem so, ja, ein Mann, eine Vision, ne? Das merkt man auf jeden Fall auch. Und der ist einfach so ne Hitmaschine, ey. Also, der schreibt so gute Melodien, find ich einfach so geil. Ähm, ja, und die Wahrheit übers Liegen ist auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsalbum von ihm. Das war auch das Erste, was er mit dem, äh, Farin-Urlaub-Racing-Team aufgenommen hat, weil davor hat er ja immer alles selber gespielt. Ähm, was auch cool ist, was ich auch mega cool finde. Also, die Alben davor mag ich natürlich auch mega. Ja, aber ich find's hier noch geiler mit den Bläsern dazu und dem Frauenchor und so. Ja, was ja auch wieder ein bisschen die Kurve zu dem Jan-I-Lay-Album schlägt. Hast du recht. Du scheinst da so ein Faible für zu haben, auch wenn man das deutsche Künstler angeht, ja. Stimmt, vor allem Jochen Diestelmeier hatte ich auch mal was geschickt, der hat auch so einen Frauenchor in manchen Liedern. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ich würde jetzt gar nicht ... Ja, an den endlich auch nicht. ... bin ja gar nicht von selber drauf gekommen, ja. Witzig, das war mir gar nicht selbstbewusst bis jetzt gerade. Ja, wir sprachen ja grad darüber, so. Gibt's da noch Bands, die das viel machen, ne? Oder Künstler? Ja. Da kommt direkt der nächste Weg. Tja, ja, vor allem, weil Farin Urlaub hat ja auch Funk-Einflüsse auf jeden Fall. Hm. Vor allem dieses Album ist aufgeteilt in ein großes Album und ein kleines Album, weil auf diesem kleinen Album sind dann eher so die Funk- und Reggae-Songs und auf dem großen Album sind einfach so die Farin Urlaub-Rock-Songs. Ja, war das nicht sogar so, dass das sogar wortwörtlich das kleine Album war, eine kleine CD? Ich hab's jetzt nicht noch mal rausgeholt aus dem Regal, aber ich weiß ... Ja, ich erinnere mich, dass da so eine kleine Gamecube-CD mit dabei war. Ja, genau. Ja, find's richtig witzig. Ähm ... und ja, also ... Jedes Lied sitzt einfach, find' ich. Äh ... also Krieg ist ... eines meiner absoluten Lieblings-Songs. Äh ... vom Text her und von ... von der Musik her ist das einfach perfekt. Ich bin nur ein Mann, aber auch ich hab Gefühle, ich gebe gern zu. Es sind nicht so viele, wenn ich durchzählen müsste. Es sind ungefähr drei, aber Wut und Hass sind dabei. Und das bedeutet Krieg. Krieg, 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 Krieg. Äh, niemals hab ich dir ja auch geschickt. Ja, einem absoluten Lieblings-Lieblings-Liebes-Lieder, so im Deutschen. Ja, also als das Album rauskam, war ich natürlich auch gerade ... steck dich voll im Liebeskummer. Oh. Und als dann dieses Lied kam, ich dachte, ich sterbe, Alter. Und diese ... Glaub ich gern. Diese Wut, die er da dann so am Ende das so rausschreit. Und immer und ständig bei Tag und bei ... Steck jetzt an dich. Ja. Oh, das fand ich so geil, diese ganze Gefühle, die man so in sich hat, konnte man da so richtig rauslassen. Ja, ist großartig. Es vergeht kein Tag, es vergeht keine Stunde. Ich denk jetzt an dich, jetzt in dieser Sekunde. Und immer und ständig bei Tag und bei Nacht. Was ist bloß mit mir los? Was hast du mit mir gemacht? Mir wurde dann zum 18. Geburtstag, hat mir mein bester Freund eine Gitarre geschenkt. Du hast dich direkt zerspettet. Richtig, die war dafür da, dass ich sie zerstören durfte. Oh, oh, okay. Weil wir mit unserer Band auf meinem eigenen Geburtstag gespielt haben. Und er hat gesagt, hier, ich schenke dir die zum Geburtstag und du darfst jetzt beim Konzert gleich kaputt machen. Und dann habe ich natürlich dieses Lied gewählt und habe genau bei dieser Stelle die Gitarre vor unserer Garage zertrümmert. Es gibt leider nur noch ein Foto davon. Das hat niemand gefilmt. Aber na ja, es ist ein Moment für die Ewigkeit. Waren auch ein bisschen auch andere Zeiten, ne? Da waren wir noch nicht ganz so. Genau, da gab es noch keine so Smartphones mit Video. Ja, aber ich liebe jedes Lied auf diesem Album. Also da kann man, da ist jeder Hit ein Treffer. Ja, also meine Highlights sind auf jeden Fall nicht im Griff. Das ist ja so ein guter erstes Song. Richtig so ein Brett zum Anfang, ey. Als Rock-Metal-Fan, das ballert halt auch richtig gut durch, so das Ding. Und man kann natürlich, man hat dann auch direkt irgendwie Leute im Kopf oder vielleicht auch sich selber, was den Text dann angeht. Das kann man sehr gut projizieren. Ja, und niemals für mich auch ein großer Highlightsong. Du hattest mir noch Krieg, hattest du mir noch geschickt? Ja. Auch gut. Also, ja, ich habe das damals total blind gekauft. Ich glaube, eine Single war raus. Das war, glaube ich, auch dieses Nicht im Griff. Und ich so, boah, da muss ich auch unbedingt mal das Album zu haben. Und habe das damals auch sehr viel gehört. Jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber es guckt mich immer wieder aus meinem CD-Schrank an. Ja, ich höre das immer mal wieder. Und witzigerweise war es bei mir so, dass Nicht im Griff rauskam. Ich so dachte, oh, scheiße, das ist mir irgendwie zu hart. Aber mittlerweile finde ich es auch richtig geil. Also, das muss so sein. Das ist der perfekte erste Song, das so richtig reinbrettert. Sehr gut. Und ich möchte noch einmal sagen ... Ja, ja, ja. Das war auch sehr, sehr cool mit diesen beiden Straßenkünstlern, den ... Ich wollte gerade Marionetten sagen, aber ... Ja, wie heißt das denn noch mal? Die stummen Statuen oder die ... Die lebenden Statuen, so. Ah, ja, ja, genau. Da muss ich immer an Hot Fass denken. Ja, und ich bin nur ein Mann, aber auch ich habe Gefühle, wenn ich durchzählen müsste, es sind ungefähr drei, aber Mut und Hass sind dabei. Das war so geile Texte. Ja, musste ich auch wieder sehr schmunzeln an der Stelle. Ja, genau. Ja. Das war's dann wohl, ne? Das war's. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war eine sehr abwechslungsreiche und schöne Liste. Ich war auch zwischendurch so beim Hören der Songs so ein bisschen in Wattebausche gepappt. Die hatten ja dann, bei meinem ersten Hördurchgang danach, hatten wir dann noch mal eine Vorbesprechung hier zu der Folge. Und ich war in so einem richtigen, so einem Chili-Modus. Ja, nur die Orsons springen da so ein bisschen raus. Obwohl, Jan, die Lake ist ja auch ein bisschen ... Ja, 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 aber ich hatte halt viel jetzt von den ruhigeren Sachen gehört. Die Orsons waren bei mir ganz zum Schluss und da habe ich denen auch geschrieben, Digga, was geht bei den Orsons? Sie sind ja mega geil. Ja. Ja, also ich bin sehr froh, gerade dadurch, dass wir oft sehr unterschiedliche Sachen hören oder auch unterschiedliche Genres, dass ich dann doch so vieles dabei hatte, was mir gut gefallen hat, was mich begeistert hat oder was ich halt auch schon kannte. Das fand ich sehr schön. Ja, und freut mich, dass du dann auch noch mal was Neues entdeckt hast, so von den Orsons her. Ja, und hier Damien Rice und Andy Schauff und so. Everything, everything vor allen Dingen noch mal. Ja, stimmt. Das hat ja für mich die noch mal auf den Plan geholt. Das freut mich natürlich sehr. Das Album höre ich mir auch noch mal an. Das nehme ich mir selber als Hausaufgabe jetzt noch mal mit. Get to Heaven und dieser hochinteressanten, bemerkenswerten Band. Sehr cool. So, dann werden die letzten beiden hier auch durchgestrichen. Mä. Mä. Und ich würde sagen, aus gegebenem Anlass kommen wir mal zum Ende dieser Folge. Also ich habe ja noch die Honorable Mentions. Oh, shit. Oh, shit, ja. Aber ich würde die einfach nur kurz erwähnen und einen Satz dazu sagen, das ist ja sonst alles viel zu lang hier. Ja, bei mir wird es wahrscheinlich aber auch ein bisschen länger, aber ich muss schon ein bisschen ... Also ich würde es dir auch nicht quernehmen. Ich habe jetzt keinen Zeitdruck oder so. Mein nächster Termin ist erst um 17 Uhr wieder. Du kannst auch gerne ein bisschen mehr dazu sagen, also wie du magst. Aber ich mache das so mal im Schnelldurchlauf. Ich mache mal ... Let's go. Ich nehme mal vier Alben, bei denen ich ein bisschen traurig war, dass ich die nicht in die Top Ten reinnehmen konnte. Ja. Es ist einmal Beginners von dem Künstler Christian Lee Hudson, der auf dem selben Label ist wie Andy Schorf. Ah ja. Geht auch ein bisschen in diese Richtung. Das ist auch so ein Herbstalbum. Das macht man an und dann setzt man sich in der Ecke und hört einfach nur zu. Und träumt. Mit auch richtig krassen, guten Texten. Er erzählt immer von so Situationen aus seinem Leben, von die irgendwie mal auch aus der Kindheit so. So ein bisschen ein Coming-of-Age-Album auch. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Geheimtipp. Beginners von Christian Lee Hudson. Sagt mir gar nichts. Dann hätten wir noch im Angebot Grüne Papageien von Maxim, ein deutscher Künstler. Ein Automat weiß nicht warum, aber der ist auch allein und wir haben uns. Ein Kapitalist versteht das nicht. Ist auch so Indie-Pop. Also geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von der höchsten Eisenbahn. Ist aber noch poppiger. Also der hatte auch mal einen Hit, der hatte tatsächlich mal einen Radio-Hit. Meine Soldaten, falls das irgendjemand kennt. Nee. Aber er hat dann auch so sehr so radiomäßige Mainstream-Pop-Musik gemacht und hatte dann aber irgendwann so gesagt, nee, und hatte irgendwie so einen Break und hat, seitdem macht er so einen ganz anderen Style. Hat eher so Indie-Pop und das gefällt mir sehr gut. Mit grünen Papageien hat das angefangen. Und das ist auch so ein schönes, er hat mir auch so richtig schön Arrangements. Ja. Genau. Noch einen deutschen Pop-Künstler haben wir noch. Das ist es so sehr dabei von Clueso tatsächlich. Oh, der gute alte Clueso. Ja. Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns. Ein Fleck ohne Kontur. Ich will einen Anfang mit mehr Tiefe. Clueso ist ganz witzig, weil ich mag den inzwischen auch nicht mehr so. Also ich finde ihn irgendwie immer noch so ganz sympathisch. Ich habe den auch auf dem Hurricane vor zwei Jahren gesehen und es war ein richtig gutes Konzert. Aber so, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu Radiomäßig, was der da so verzapft. Glaube ich gern, ja. Er hat aber drei Alben so aus seiner Anfangszeit, wo das noch nicht so, es war natürlich auch schon so Pop, aber das war noch so sympathischer, ja, Pop auch mit so ein bisschen Rap-Einflüssen. Und dazu gehört auch das Album so sehr dabei, was ich auch sehr mag. Ist auch so cooler Sommerpop, sind auch ein paar traurige Lieder dabei, aber das, ach, da war ich einfach auch noch so richtig guter Clueso, großer Clueso-Fan, vor allem von diesem Album. Ja, waren damals in meinem Umfeld auch ganz viele Leute, also auch mein Bruder und so, die haben das ganz viel gehört. Der macht auch sehr viele Features mit Künstlern, ne, damals. Ja, das stimmt. Zumindest, auch so, glaube ich, mit Gentleman und so, ne? Ja, ja. Ja, und Blumentopf hat da auch mal einen Song gemacht. Ja, genau. Das war auch noch ein gutes Album. Daher kenne ich ihn auch immer, immer, wenn ich dann den Song höre. Ja, er kommt irgendwie auch, er kommt aus der Rap-Welt, also er hat tatsächlich früher gerappt und ist dann immer mehr zum Pop gewechselt. Ach so, okay. Und vor allem, also zu dieser Zeit, auch von so sehr dabei, da hat man so gemerkt, dass er halt auch so richtig Bock auf Musik hat, also da gibt's dann so, weiß ich nicht, dreiminütige Instrumentalteile und so. So, sowas finde ich immer cool, wenn's halt nicht nur so ein Drei-Minuten-Pop-Song ist, aber mittlerweile ist er da irgendwie leider stehen geblieben. Aber egal, die alten Alben sind trotzdem geil. Und als letzte Erwähnung hätte ich noch einen, ja, so eine Art Klassiker, auch eine Band, die ich mittlerweile nicht mehr höre, aber deren erstes Album echt richtig gut ist, Parachutes von Coldplay. Coldplay haben, ich glaub, ich wusste das zumindest lange nicht, ich kannte die nur als diese, ja, so Arena-Pop-Band, die sie jetzt sind. Ja, genau, also, und es gab auch eine Zeit, wo ich die echt sogar gehasst hab, also, dieses Viva la Vida kann ich nicht mehr hören, wirklich, ich hasse dieses Lied. Oh, da muss ich dir auch gleich nochmal so einen Clip schicken, wo so ein Japaner das kapiert, oder vielleicht kennst du das auch schon. Das ist so witzig, ja, ja. Also, darum eigentlich ist es gar nicht meine Band, aber dann hab ich irgendwie mal ein Lied aus diesem Album gehört und dachte, ey, das ist ja richtig gut. Hab mir dann das ganze Album angehört. Das war deren Debüt-Album, was auch so richtig abgefeiert wurde. Es ist so geil, so eine geile Atmosphäre hat das. Ist da auch Don't Panic mit dabei gewesen? Ja, genau. Ja, das kenn ich über Garden State, nämlich, ne, das ist auch mein Lieblings Coldplay-Song. Also, ich hör Coldplay auch gar nicht, überhaupt nicht so, aber der Song, der ist nice. Dann könntest du das ganze Album mögen, weil in dem Stil ist so das ganze Album. Das ist richtig, richtig schöner Indie-Pop mit, äh, also ist auch relativ traurige Atmosphäre, könnte man schon sagen. Ein bisschen melancholisch so, ne? Ja, melancholisch, perfekt, das Wort hat mir gerade gefehlt. Äh, darum, also wer auch Coldplay nur so aus dem Radio kennt, dann hört euch doch mal vielleicht dieses Album an. Da sind auch Sachen drauf, die man kennt. Ich glaube, Yellow ist relativ bekannt, äh, oder Trouble, aber das sind geile Songs, ja. Das waren meine Honorable Mentions. Ja, bei mir werden es, glaube ich, ein paar mehr. Ja, ich könnte jetzt auch noch mehr sagen, aber irgendwie bringt das jetzt auch nichts. Ich packe mal meine Top 20 dann in die Videobeschreibung, wer sich da noch interessiert, was da noch drauf ist. Oh, das ist eine gute Idee, ja. Das ist tatsächlich ein Green Day Album mit dabei. Haha. Ja, bei mir ist auch so ein College-Punk-Album dabei. Ah ja, sehr gut. Aber bei, also bei den, bei den, äh, bei der Zugabe. Ja. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Also erstmal, dass ich hier sein wollte. Ich entschuldige mich für den rüpelhaften Ausbrecher am Anfang. Ne, vielen Dank für deine. So wie ich eigentlich gar nicht. Vielen Dank für deine Gastmoderation. Ja, sehr gerne. Das war toll. Ach, schön. Und denkt dran, wir werden dasselbe nochmal auf Hexarus Kanal machen, nämlich auf dem Fürchterliche Freunde Kanal. Und dann könnt ihr, wenn ihr vielleicht ein bisschen eher Metal-Freunde sein, findet ihr da vielleicht ein bisschen was für euch. Ist, ist jetzt nicht nur Metal, aber schon viel. Ist so, man kann ja schon verraten, es ist viel, ähm, Rock, Rock, Metal, so, so gemischt irgendwie dabei, ja. Genau. Jo, da machen wir mal den Sack zu. Schön, dass ihr alle dabei wart. Hört auf jeden Fall nochmal die Everything-Everything-Cover vom guten Doktor. Und dann sagt uns gerne, was, was ihr von den, äh, Alben haltet, die ich hier vorgestellt habe. Oh ja. Oder vielleicht auch, was eure, äh, was so eure Alben sind, die in eure Top Ten kommen würden. Sehr gute Idee. Macht das. Gut. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gehören dem Doktor. Äh, tschüss. 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 Vielen Dank.